Hallo, hier Stadtchen von Nice. Ich melde mich glattweg mal von unterwegs und auch ich habe es drauf, mich ins Stau anzustellen. Schaut euch das an, guckt euch die Aussicht an. Alles kriecht mal sehen, wann ich da ankomme. So sieht aus. Ihr wusstet ja eigentlich, dass ihr einen superschönen Umland habt. Ja, kommen wir heute, kommen wir morgen. Ich melde mich nachher. Achso, wer weiß, was das für ein Lied ist. Hallo, 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 merke ich zwischendurch, euer Schnattchen hier von Nice. Also ich stehe jetzt zweitmal jetzt im Stau. Für alle, die sich das mal angucken. Also eine Rettungsgasse will, vorsichtshalber, ist immer ganz günstig. Die beiden rechten Fahrstreifen nach rechts und der linke nach links. Solltet ihr Kinder bei haben, vielleicht ein bisschen Spielzeug. Oder irgendwelche Selsausspiele. Und für die Männer ist natürlich ganz wichtig, eine Kiste Kölsch. Prost! Nein, war Blödsinn. Das nehme ich nur mit nach Hause. Bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Und jetzt... Tschüss. Tschüss! Vielen Dank.